Erste Mission. Keine Entkommen. Der Hans. Verhöre und neutralisiere Quasimjavari. Das sieht echt nicht schlecht aus. Amsterdam. Komm. Ui. Komm ich auch in. AK Uhr. Die Milano. MP5. Die AK Uhr ist immer gut. Der Piss an glaubt, wo der wär sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Quasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel schicken. Wohnung direkt voraus. Okay. Hier sind sie schon. 15 Minuten. Wir ballern jetzt gleich volles Haus los, ja. Jetzt lassen wir eine Nade rein. Ich bin hierher gekommen. Uuja. Ich will gar nicht so einen Scope haben. Oh, da steht gar nichts. Den haben wir. Unten ist safe. Kasim darf nicht entkommen. Such ihn! Na, was denn? Der ist da oben. Hier war einer. Aha, ich hab ihn getötet, ich Idiot. So, nochmal. Ui. Ui. Ja, wissen wir doch. Ja, drei. Ah, krass. Geil. Ich stelle den einfach als Schild. Boah, das ist ja richtig geil gemacht, alter. Da oben ist einer. So, komm, let's go. So, wir haben nicht so viel Zeit. Boah, heftig, alter. Gleich richtig geile Action, man. So. Ach, hier ist noch einer. Oh, komm, 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 komm. Ja, ich komm ja schon. Boah, das bockt mir irgendwie. Die Dächer jetzt, äh, pushen, alter. Hä? Hä? Wo ist da hin? Hammer. Ach, der Scope ist so eklig. Hier ist auch noch einer. So, weiter. Der Kollege pusht schon vor. Komm. Habe ich. Nachladen. Und runter. Los, los. Uff. Boah, im Seiten, Alter. Ja, genau. Das war eine Ordnungsstelle hier. Muss ich vollbranzen, ja. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Ich... Du kannst sogar auswählen, was du sagen willst. Ich mach nur das Geld. Ich habe keine Ahnung, wo Orange ist. Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Oh, ha, eiskalt. Ihr Amerikaner habt Regeln. Wir habt Regeln. Ja, das wirkt wirklich gut, Alter. Das ändert die Regeln. Du musst meinem Freund etwas erzählen, dann kann ich ihn nicht davon abhalten, dich runterzuwerben, ja. Halt! Ich hab dir doch gesagt, dass wir da reden. Grüße an deinen Freund. Wir haben da unten jede Menge Autos. Nee, kommen wir nicht mit. Falls wir irgendwie noch Beweise brauchen, oder was? Das wird isch. Wir haben ein Geschenk für dich. Er ist den Traps umzutreten.